Lila und Lenny und die Reise zur Insel der Träume Es war ein sonniger Morgen im Herzen des tiefgrünen Waldes. Lila, die kleine, abenteuerlustige Fledermaus, erwachte zuerst. Sie streckte ihre winzigen Flügel und gähnte herzhaft, während sie das morgendliche Licht durch die Blätter des Baumes beobachtete, in dem sie und ihr bester Freund Lenny lebten. Lenny, der kluge und neugierige Waschbär, war immer noch tief in seinen Träumen versunken. Sie lebten in einem gemütlichen Baumhaus am Rande des Waldes, und dieser Morgen sollte der Beginn eines ihrer größten Abenteuer werden. Nach dem Frühstück saßen Lila und Lenny zusammen und besprachen ihre Pläne für den Tag. Sie hatten in den alten Geschichten und Legenden des Waldes von einem magischen Ort gehört, der weit über das Meer hinaus lag. Sie hörten von einer mysteriösen Insel, der Insel der Träume, von der gesagt wurde, dass sie die Macht hatte, Träume in die Wirklichkeit umzusetzen. Nach vielen Diskussionen beschlossen sie, sich auf die Suche nach dieser Insel zu begeben. Die Reise zur Insel der Träume war voller Herausforderungen. Sie mussten einen Weg finden, das weite Meer zu überqueren. Sie bauten ein kleines Floss aus Ästen und Blättern und segelten los. Die Wellen waren hoch und der Wind war stark, aber Lila und Lenny ließen sich nicht entmutigen. Sie hielten zusammen und unterstützten sich gegenseitig, egal was passierte. Nach vielen Tagen und Nächten auf See, in denen sie nur von den Sternen geleitet wurden, sahen sie am Horizont etwas, das ihr Herz schneller schlagen ließ. Es war ein kleiner Punkt, der mit jedem Tag größer und deutlicher wurde. Es war eine Insel. Die Insel der Träume. Lila und Lenny konnten es kaum glauben. Ihr Herz klopfte vor Aufregung und Freude. Sie hatten es geschafft. Die Insel war tatsächlich ein Ort von unglaublicher Schönheit und Magie. Sie war voller exotischer Pflanzen und Tiere, von denen viele Lila und Lenny noch nie zuvor gesehen hatten. Es gab sprudelnde Wasserfälle, die in kristallklaren Teichen mündeten, bunte Blumenwiesen, die in allen Farben des Regenbogens leuchteten, und sogar einen ständigen Regenbogen, der den Himmel über der Insel zierte. Lila und Lenny verbrachten viele Tage auf der Insel und erforschten ihre Wunder. Sie lernten die einheimischen Tiere kennen und spielten mit ihnen, sie erkundeten die geheimen Pfade durch den dichten Dschungel und sie schwammen in den warmen, klaren Gewässern der Insel. Sie entdeckten auch, dass die Insel tatsächlich die Macht hatte, Träume zu erfüllen. Eines Nachts, als sie am Lagerfeuer saßen und in die Sterne schauten, wünschten sie sich, dass sie fliegen könnten wie die Vögel am Himmel. Sie sprachen über ihre Wünsche und Hoffnungen, und wie es wäre, wenn sie wirklich fliegen könnten. Und zu ihrer Überraschung fanden sie am nächsten Morgen heraus, dass ihr Wunsch in Erfüllung gegangen war. Sie konnten tatsächlich fliegen. Sie waren von der Magie der Insel verblüfft und zugleich überglücklich. Sie flogen über die Insel und bewunderten ihre Schönheit aus der Vogelperspektive. Sie sahen die smaragdgrünen Baumkronen, die azurblauen Lagunen und die leuchtenden Farben der Blumen in einem völlig neuen Licht. Es war ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und Glück. Sie hatten so viel Spaß und erlebten so viele erstaunliche Dinge, dass sie fast vergaßen, dass sie irgendwann nach Hause zurückkehren mussten. Aber schließlich kam der Tag, an dem sie sich entschlossen, die Insel der Träume zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. Sie blickten wehmütig auf die Insel zurück, die ihnen so viele unvergessliche Erlebnisse und Freude bereitet hatte. Sie verabschiedeten sich von den Freunden, die sie dort gemacht hatten, und segelten zurück über das weite, unendliche Meer. Die Rückkehr war genauso herausfordernd wie die Reise zur Insel, aber jetzt hatten Lila und Lenny die Erfahrung und das Wissen, die sie auf ihrer Reise gewonnen hatten. Sie meisterten die Herausforderungen mit Bravour und kehrten schließlich sicher in ihren geliebten Wald zurück. Die anderen Tiere des Waldes begrüßten sie mit offenen Armen. Sie hatten Lila und Lenny sehr vermisst und waren neugierig auf ihre Geschichten. Lila und Lenny erzählten von ihren Abenteuern auf der Insel der Träume und die anderen Tiere hörten mit staunenden Augen zu. Die Erinnerungen an ihre Reise zur Insel der Träume blieben für immer in ihren Herzen. Sie hatten so viel gelernt und erlebt, dass sie sich verändert fühlten. Sie waren mutiger, weiser und hatten eine noch engere Freundschaft. Und sie wussten, dass sie bereit waren für jedes neue Abenteuer, das das Leben ihnen bringen würde. Sie hatten nicht nur die Magie der Insel der Träume erlebt, sondern auch die Magie der Freundschaft und des Abenteuers entdeckt. In den folgenden Tagen und Wochen blieben Lila und Lenny nicht untätig. Sie erzählten weiterhin ihre faszinierenden Geschichten von der Insel der Träume und die anderen Tiere des Waldes hörten mit wachsender Begeisterung zu. Sie brachten den jüngeren Tieren bei, wie man ein Floss baut, sie lehrten sie, wie man den Sternenhimmel liest, und sie erklärten, wie man sich in der Wildnis orientiert. Ihre Abenteuer hatten sie weise gemacht, und sie waren bereit, ihr Wissen mit den anderen zu teilen. Eines Tages, während sie die aufgehende Sonne beobachteten, kam Lila auf eine Idee. Lenny, sagte sie, wir sollten eine Schule gründen. Eine Abenteuerschule. Wir könnten die anderen Tiere des Waldes unterrichten und ihnen alles beibringen, was wir auf unserer Reise gelernt haben. Lenny stimmte sofort zu. Er fand die Idee großartig. So begannen sie, an ihrem neuen Projekt zu arbeiten. Sie sammelten Materialien aus dem Wald, sie bauten Tische und Stühle, sie bereiteten Lehrmaterialien vor und sie luden alle Tiere des Waldes ein, ihre Schule zu besuchen. Die Nachricht verbreitete sich schnell und bald hatten sie ihre ersten Schüler. Die Schule war ein großer Erfolg. Die jungen Tiere waren begeistert von den Geschichten und Lehren von Lila und Lenny. Sie lernten, wie man ein Floss baut, wie man den Himmel liest, wie man sich in der Wildnis zurechtfindet und vieles mehr. Sie lernten auch, dass Abenteuer und Entdeckungsreisen nicht nur Spaß machen, sondern auch lehrreich sein können. Sie lernten, dass Mut, Ausdauer und Freundschaft Schlüsselwerte sind, die ihnen in ihrem Leben weiterhelfen können. Lila und Lenny waren glücklich. Sie hatten ihren Traum erfüllt und sie hatten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den anderen geteilt. Sie hatten nicht nur eine Abenteuerschule gegründet, sondern auch eine Gemeinschaft von Abenteurern. Sie hatten einen positiven Einfluss auf das Leben der anderen Tiere und sie hatten den Geist des Abenteuers und der Entdeckung in ihrem Wald entfacht. Und so, während die Sonne unterging und die Sterne am Himmel erschienen, lächelten Lila und Lenny und sahen sich an. Sie wussten, dass sie etwas Besonderes geschaffen hatten. Sie wussten, dass sie ihr Leben und das Leben der anderen Tiere des Waldes bereichert hatten. Sie waren stolz auf sich und auf das, was sie erreicht hatten. Und sie wussten, dass dies erst der Anfang war. Denn das Leben ist voller Abenteuer und Entdeckungen, und sie waren bereit, jedem neuen Abenteuer, das vor ihnen lag, mutig und mit offenem Herzen zu begegnen.